hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen art vom let's play rollerplay und sky im die anniversary edition ich bin jetzt wieder im hauptmenü wegen ja es gibt immer noch krieg also die leute greifen ohne vorwarnung und so an obwohl sie eigentlich loyal sein sollen oder beziehungsweise nicht angriffslustig und das liegt an auch dem follower den wir genommen haben diese frau diese kriegerin aus weisslauf und bin hier einfach gestrandet aber es ist einfach da wo wir letztens waren genau so wir machen ein neues spiel weil ich habe jetzt mehrere mods noch dazu installiert und diejenigen die den angriffslustige npcs gemacht haben zum beispiel dragon stone einen mod der zu beispiel da die abenteurer gilde also die abenteuer eingenommen eingetan haben oder wachen die herumlaufen musste ich entfernen aber es gibt zum beispiel eben alternativ skyrim start oder so und das schauen wir jetzt mal an wie starten wir jetzt das spiel was erleben wir direkt ok aus war sehr gut wir waren ja diesen betonen genau dann schauen wir mal kurz relativ schnell durch die vorgaben waren so eher gegen ende ich glaube der hier das gewicht war ein bisschen dicker aber nicht allzu dick weil ich bin ja druide und ich hoffe der druiden mod funktioniert auch richtig jetzt dass wir auch beschwören können andere skills konnten wir nicht benutzen und genau die kriegsbemalung waren die zwei ja komischen teile also die da ja und die in grün nämlich das blassere grün dann hatten wir noch wo ist das also bei den augen hatten wir grüner fahr die augentiefe augenhöhe augenfarbe ok jetzt passt so bewusst da hatten wir grüne die sind irgendwo am anfang grüne augen und genau die brauen müssen wir nicht der mund da hatten wir eine dunkle lippenfarbe war das das hier ja auf jeden fall müssen wir noch ein bisschen weh aussehen und die haare waren mit diesen zwei vorderen locken voll könnten die gewesen sein ähm das ist nur eine locken wo haben wir das können wir eigentlich mit dem feil tasten ja mit dem feil tasten äh lol ui oh lady hm ok ist ein bisschen schwer jetzt da die raus zu suchen also vorderen locken waren sind die der bart war ja dieser komische bart da der war irgendwo am ende wahrscheinlich nicht zum anfang hm ich glaube es war der hier bin mir nicht mehr so sicher ich glaube ich nehme den jetzt dieses mal ja und natürlich blond aber nicht so hell oder so hell ähm ich finde irgendwie gelb schöner ja nehme gelbe haare sieht noch ein bisschen blass aus ich möchte mich gerne noch ein bisschen dunkler machen ja wie kann ich jetzt hier rüber ja jetzt gehts danke lieber spiel dass du hängst gesichtsfarbe ein bisschen dunkler nein nicht runzelig ich möchte nicht runzeliger sein ich glaube ich muss tönen oder so ähm ja es ist von grund auf dunkler äh heller die rasse ja komm lass mir das so dann ist er äh f u c ok tap gut da unten steht nämlich er drago basler wir könnten uns drago bär oder so hehehe nein drago basler schutzgästbeschwörung hinzugefügt cool also was haben wir denn hier ich bin wieder der druide in Ausbildung Statue von Mora approach my child and choose where your new life shall begin ah ok ich bin ein Strafenkast in einer örtlichen Tabelle bin Soldat hmmm ich bin in einem Schiff gekommen which city did you sail to Einsamkeit Dämmerstern Winter Rabenfels was ist Rabenfels dann wieder für eine Stadt äh ist das ist das nicht die auf Solstheim wir könnten auf Sol ich gehe mal nach Rabenfels ich weiß nicht welche Stadt das ist also Dämmerstern ist die im Norden in der Mitte Einsamkeit ist ja die große im Nordwesten Windhem ist ja im Nordosten ja Rabenfels weiß ich nicht ich kenne Rabenfels jetzt nicht direkt sofort aber schön gemacht einfach viel kürzer oder wir sind jetzt nicht der Doa-Kind der irgendwie so einen Drachen beschworen hat also beschworen nicht aber den angelockt hat irgendwie aus Versehen und ähm ja dann natürlich ich tischen könnte niemand antwortet auf meinen Kloppen an der Tür was müssen wir denn noch machen hinsetzen vielleicht müssen wir schlafen gehen ich weiß gar nicht was man machen muss ich gehe schlafen oh jetzt passiert etwas die uralten Nord- und Solstheim ja ja oh cool wo sind wir nein wir sind wirklich auf Solstheim lol das ist ein DLSE da wären wir willkommen in Rabenfels dankeschön bitte seid vorsichtig hier hat sich einiges verändert deshalb kann ich das nicht weil ich Solstheim eigentlich nur ein bisschen durchsucht habe aber ich kenne das DLSE wirklich auch noch nicht das ist Dragonborn wie heißt es wie heißt es DLSE das zweite Dragonborn also ich möchte nicht Überlebensmodus machen das ist nur die ganze Zeit essen und die ganze Zeit schlafen es ist besser wenn wir schön gemütlich Rollenspiele machen können und nicht allzu viele Rollenspielelemente haben es ist einfach gegen unser ähm Joke ich kenne euch nicht daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein Fremdling erklärt eure Absichten ich bin hier um Knost gehen zu wollen ich bin der Rügler das geht euch nichts an diese Einstellung wird euch noch ins Gefängnis bringen aber ich werde die Sache vorerst auf sich beruhen lassen ich will auch vergesst nicht dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist das hier ist Morrowind nicht Himmelsrand für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten irgendwelche Fragen ja herzlich willkommen wir spielen Elders Cross 3 Morrowind oder Elders Cross Online was um seid ihr Besucher gegenüber so Mist tragisch das muss ich doch als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen jetzt einmal auf euren Zyklen äh zu Heimat da drüben gibt es Probleme mit der Sicherheit das hier ist nicht gerade schwarz nicht wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger nach allem was wir zusammen durchgemacht haben weigere ich mich Ratsherr Morwein im Stich zu lassen was bedeuten eure Titel Ratsherr Morwein ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solstheim als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht ihn zu unterstützen und sicherzustellen dass seine Entscheidungen umgesetzt werden Rabenfels ist eine reine Trümmerse ursprünglich war Rabenfels eine kaiserliche Stadt doch das Kaiserreich hat sie verlassen als mein Volk hier eintritt sie ließen die Stadt in Trümmern hinter sich zurück doch als das Haus Redoran übernahm bauten wir sie wieder auf und machten sie zu unserer eigenen und selbst wenn es schwer ist diese Insel wohnlich zu machen nennen wir sie voller Stolz Heimat ist doch gemütlich hier außer das Klopp was hat es mit Schwarzlicht auf sich eure Unkenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht das ist die Hauptstadt von Morwein seit Gramfeste von den Argoniern einkassiert wurden auch Gramfeste ja ich bin nur noch selten dort aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher dorthin wie heisst das erste Addon von Morwein der Sklos 3 Morwein äh Terra... ah nein Traviziel oder so etwas Travizial Travizial oder? und dann Blood Moon das zweite und das war auf Solstheim also hier und jetzt sind wir wieder zurück die Argonier sind in Morwein einmarschiert ja vor einer ganzen Weile sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morobins geschlagen niemand scheint sicher zu sein warum es geschah vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes oder beides was auch immer der Grund war tausende Dunmeer verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat vertrieben ah deshalb ist in Winterfester so viel Besuch von den Dunmen Einwanderung kannst du jetzt mal bitte auch... nein aus 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 oh G wir behalten euch im Auge okay ich aber auch weil du coole Rüstung hast hehehe so was haben wir denn hier oh da gehen wir jetzt mal nicht rein gleich mal speichern falls es etwas wieder schief geht natürlich habe ich ähm getestet aber ich habe nicht den Mod verwendet also der Mod ist ein Alternate ähm Skyrim Star oder sowas ein Moravine anwesend okay Guten Tag ah hat auch eine Woche drin ja guten Tag ihr seht aus als könntet ihr auch außerhalb der Stadt bestehen würdet ihr mir vielleicht bei der Suche nach einem verlorenen Wertgegenstand helfen? ja wenn du nicht anders erzählst als der Untertitel ich sagte dir hätte das verloren vor ein paar Monaten habe ich einen wichtigen Folianten an den Buchladen erster Auflage in der Kaiserstadt geschickt um ihn neu binden zu lassen vor kurzem haben sie ihn an mich zurückgeschickt aber er kam nie an war es auf einem Schiff ja der Name war schnelle Sturmböe oder so ähnlich das verdammte Ding ist direkt vor der Küste von Solztheim gesunken könnt ihr euch das vorstellen? woher wisst ihr das? einer der Seemänner hat überlebt der arme Kerl hat sich auf Händen und Füßen bis nach Rabenfels geschleift bevor er starb erzählte er der Redoran Wache vom Brack er warnte uns davor dass es dort nur sofort Plünderern wimmeln würde ich werde versuchen das Buch für euch zu finden danke sehr ihr könnt euch nicht vorstellen wie schmerzvoll es ist solch ein wertvolles Erbstück zu verlieren mein Mann ist zweiter Ratsherr ich habe also durchaus die Mittel euch für das Auffinden meines Folianten zu entlohnen oh sehr nett danke kann ich mit euch sprechen Ratsherr? natürlich Sindiri was macht euch Sorgen? ich mache mir Sorgen um unsere Nahrungsvorräte Djalund kann nicht unbegrenzt viel mitnehmen und eventuell gehen sie uns aus ich werde mit Garin sprechen und versuchen den Ernteertrag in dieser Saison zu steigern tut mir leid Sindiri aber in diesem Jahr müssen wir uns wohl etwas öfter von Asch-Süß-Kartoffeln nennen hm im Namen des Hauses Redoran und als Ratsherr von Rabenfels heiße ich euch willkommen ah ok im Anwesen also ein Ratshaus oder so ok herrscht die über ganz Solstheim Theoretisch steht Solstheim unter meiner Herrschaft aber ohne die Gewinne aus der Mine fehlen mir die Ressourcen um über etwas anderes als Rabenfels zu herrschen aber außerhalb der Grenzen unserer Stadt gibt es ohnehin nicht sehr viel ist Rabenfels die einzige Siedlung auf dieser Insel? Nun, eine kleine Gruppe von Nord hat sich nördlich von hier in Skaldorf niedergelassen sie bleiben lieber unter sich und das passt uns allen gut dann gibt es noch Telmitrin im Osten dort leben die Telwani ein merkwürdiger Haufen aber da sie auch aus Morovin stammen, kommen wir miteinander zurecht abgesehen davon wimmelt es auf Solstheim nur so von Banditen und Rieglingen aber damit muss man bei einem Leben so weit draußen rechnen was ist mit der Mine geschehen? sie war einst die reichste eben Erzmine in Morovin doch sie ist vor vielen Jahren versiegt jetzt kommen wir hier kaum noch über die Runden ohne die Mine kann Rabenfels wohl nicht mehr lange durchhalten was ist mit dem Haus Redoran? ihr habt noch nie vom Haus Redoran gehört? wir sind das mächtigste der großen Häuser und führen den Rat, also die Regierung von Morovin also in Morovin war ich eigentlich immer im Haus Redoran und später Telwani wegen der Magie Haus Lalu war irgendwie so mit Händler hat mich nicht ganz so interessiert es waren einfach drei so wie Kriegergilde oder Magergilde drei Bests äh ja Mittel oder so Rad, also gibt es kein Ja das hier ist nicht Himmelsrandfremdling eine Gruppe von mächtigen und einflussreichen Dunmerfamilien führt Morovin schon seit Jahrtausenden unsere Führung besteht aus einem Rad der fünf großen Häuser Telwani, Dres, Indoriel, Sadras und Redoran Müsst Lalu hin aber ihr sagtet Redoran für den Rad natürlich, da der Rad aus vier Häusern besteht muss doch jemand für Ordnung unter dem Pöbel sorgen unser Haus führt den Rad aufgrund unserer Überlegenheit im Kampf unserer Weisheit und der Ehre unserer Vorfahren klingt ziemlich kompliziert das muss es wohl für jemanden, der nicht aus unserem Volke ist wenn euch das Thema interessiert, bedient euch der historischen Bücher in meiner Bibliothek Uff, nein danke, die sind manchmal anstrengend die Türen stehen euch offen, solltet ihr die Dinge rund um Rabenfels besprechen wollen Och ja schaue jetzt müssen wir noch kurz wissen, wo die Taste war man kann hier gar nicht reichen äh, E aber so kann ich hm ah, da ist die Taste ok kurz mal hinsetzen jo cool chillig so, mit E wieder aufstehen, danke also die Steuerung muss wieder ein bisschen gelernt werden ich habe jetzt auch ein bisschen länger Pause gemacht, als ihr äh, die Videos bekommen habt und so so, hier ist geschlossen, ok also dann gehen wir mal in die Knabe vielleicht hier und das ist auch ein Angrab hier ist eine Schmiede was liegt dort ich arbeite für Morgrol wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihnen solange ihr unsere Gesetze befolgt ihr habt nicht zufällig Crescius Cerelius gesehen dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitzhacke getötet ja ok warum all die Aufregung um eine einfach Spitzhacke nein nein nein, es ist nicht nur einfach irgendeine Spitzhacke ich spreche von einer alten Nordspitzhacke cool nun die Dinger wachsen nicht gerade auf Bäumen könnt ihr nicht einfach die Wache nach Crescius suchen lassen? ähm, um solche Dinge kümmere ich mich lieber selbst hört zu wenn ihr Crescius seht, dann sagt ihm er soll mir die Spitzhacke zurückgeben es soll euer Schaden nicht sein ja, was habt ihr denn zu verkaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles was ihr braucht so, also, was haben wir? haben wir überhaupt etwas? oh, ein Eisenstreitkorben, cool haben wir kein Geld? doch, wir haben 326 Geld also Gold, äh, was, ja geil was könnten wir eigentlich wohnen in Normalspitzhacke die ist nur 15? die Klamfische geil was hätten wir sonst noch? ein Eisenschild ich brauche halt irgendwas mit Magie ich will doch ein Druide ich bin erfahren ich weiß nicht mal was für Zauberes es gibt ja natürlich in meinem vorherigen Leben das ein bisschen crazy, äh, ja durcheinander war aber wenn man die Mods dann erst später bemerkt so mit den Leuten und alles und die immer aggressiv dann sind weil sie irgendwas im Kopf haben dann kann ich nichts dafür und diese Punkte sind auch immer von einem Mod hinzugefügt worden keine Ahnung was die Mordlässe denken aber, komm wie hat es euch nach Rabenfels geschlagen? eine gute Frage sie wird mir von Besuchern unserer Stadt am häufigsten gestellt ich wünschte ich hätte eine romantische Geschichte für euch aber ich bin einfach losgezogen und landete in Rabenfels außerdem war es in Rifton von wenig Nutzen zu wissen, wie man Knochenrüstung repariert wer hat euch das ge- lehrt? ich hatte dort drüben einen Freund einen Dunkelelfen namens Wanrit einen sehr begabten Rüstungsschmied wir haben beide viel Zeit miteinander verbracht und Schmiedetechniken ausgetauscht hab eine Menge gelernt, auch wie man Knochenrüstung repariert nachdem er weitergezogen war, beschloss ich meine sieben Sachen zu packen fortzugehen und das Gelernte anzuwenden seither bin ich hier ähm, sind das die anderen von den Wachen dieser Rüstung? okay, eine alte Nordspitzhacke das einzige Werkzeug mit dem man Stahlriemen schürfen kann, das ist sie davon gibt es in dieser Welt nur noch wenige Exemplare sie zu schmieden ist eine vergessene Kunst das Exemplar, das Kreskius sich ausgeliehen hat stammt aus Skaldorf im Norden ich habe es durch ein Tauschgeschäft erstanden schöne Augen was ist Stahlriemen eine Art Erz? Stahlriemen als Arzt zu bezeichnen ist ungefähr so, als würdet ihr meine Schmiede ein Lagerfeuer nennen manche nennen es verzaubertes Eis aber ich glaube dieser Vergleich wird ihnen nicht ganz gerecht schmilzt es? das ist wohl ziemlich selten in meinem ganzen Leben habe ich bestenfalls zwei Brocken gesehen und ich bin Schmied von Beruf wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr jemanden in Skaldorf fragen dort habt ihr sicher mehr Glück okay, gut dankeschön und glühen deine Augen oh no gefällt es euch auf Solstheim nicht? nicht gefallen? ich hasse es es ist jeden Tag das gleiche wir öffnen den Laden, wir verkaufen fast nichts, wir schließen den Laden und gehen zu Bett das ist doch kein Leben warum kehrt ihr nicht nach Morrowind zurück? ach glaubt mir ich würde mit dem erstbesten Schiff von dieser erbärmlichen Insel verschwinden, wenn ich könnte aber ich glaube nicht, dass ich das meinem Vater antun könnte es würde ihm sicher das Herz brechen wir haben schon meine Mutter verloren ich will ihn nicht allein lassen wie ist der Mutter gestorben wir lebten in einer Siedlung etwa eine Meile von der Grenze zur Schwarzmarsch der Heimat der Argonia obwohl die Invasion der Argonia schon lange her ist gibt es immer noch ein paar Stämme der Schuppenhäuter innerhalb unserer Grenzen kurz gesagt sie haben unsere Siedlung angegriffen und fast alle abgeschlachtet es war schrecklich also diese 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 anderen Übersetzungstexte unten sind wahrscheinlich wegen dem unoffiziell Skyrim Patch ja sucht ihr Tränke? Zutaten? Alchemistenvorräte? ihr habt keine Klamotten an ihr verkauft ein paar ziemlich exotische Zutaten ja und ich kann mit Stolz sagen dass ich den größten Teil davon selbst anbaue und ernte ich wünschte nur ich hätte eine bessere Quelle für das Gelee diese Nettchen sind so schwer aufzuspüren weil es jenseits des Bollwerks so gefährlich ist ich frag mich wieso Mods manchmal so komisch sind aber gut Bugs gibt es halt manchmal beim Mods oder beim Spiel was nicht fertig entwickeln will ich könnte euch dabei helfen das wäre wunderbar ich werde euch gern für eure Mühen belohnen ich möchte Alchemie trainieren ich kann euch sicher das eine oder andere beibringen Level 20 sehen wir noch wir waren viel Geld wieso kennt ihr euch in Alchemie aus nachdem wir Morrowind verlassen hatten verschlug es uns nach Himmelsrand wir zogen etwas umher und landeten schließlich in Morthal wo wir eine Weile bei Lamy unterkamen der Alchemist in der Stadt ich war von ihrer Arbeit fasziniert und im Laufe der Jahre brachte sie mir so einiges bei warum habt ihr Morthal verlassen doch schon bald litten wir an Heimweh wir waren die einzigen Dunmeer in Morthal als wir hörten dass auf Solzheim eine Dunmeersiedlung entstand waren wir begeistert es war nicht leicht aber ich bereue es kein bisschen ich bin sogar froh dass wir bleiben und helfen konnten inwiefern hat Rabenfels eure Hilfe gebracht wie ihr euch denken könnt hat der Ausbruch des Roten Berges schrecklichen Schaden auf Solzheim angerichtet die Jagdausbeute war in letzter Zeit spärlich und die Gewässer sind zum Fischen offenbar zu verpestet nach Meinung des Ratsern Moorwein war mein Mann jahrzehntelang der wichtigste Nahrungslieferant von Rabenfels das habt ihr zugegeben dann seid ihr also ein Eichemist Aschengrasschutte hm hm geile Sachen krankheitsheilung krankheitsheilung leider noch ein bisschen zu teuer könnten wir dann mal gebrauchen ok dankeschön aber wirklich die geisten Klamotten also ich sehe wirklich schön durch ähm ihr braucht etwas ne wie da der Anfang da ganz am Anfang Rohr nein der andere Jarvis bist du von den Avengers ja folge mich brauch deine Hilfe cool ja ein Mod Conflict ja ist mir Lu äh Hauptsache wir haben einen Begleiter schon was also die Mod Conflicts ja äh was kann man da machen man weiss es ja davon nicht Ich warne euch nur einmal. Geht mir aus dem Weg, dann werden wir uns bestens verstehen. Oh, der will nicht. Teldrin Zero. Teldrin Zero, Mietklinge. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt, stehe ich zu Diensten. Also so ein Karnevals-Typ. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Mette hätte ich gern, aber 500 habe ich leider nicht. Willkommen im spuckenden Netz, mein Herr. Wenn ihr einen Wunsch habt, wird Meister Geldes euch gern behilflich sein. Heißt das nicht? Nett. 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 Mies Freundsdeuts. Nett. Bitte, erzählt mir. Was hat er gesagt? Er sagte, er würde euch dort treffen, wo er euch das erste Mal betraut hat. Ich gebe euch Deckung. Ihr würdet schon wissen, was... Was soll ich nehmen? Oh, geil. Oh, Geschöpf. Hm. Ein Elfenschwert wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich nehme sie eher die Pfeile weg, weil sonst verballert die dir. Sonst darfst du ja alles haben. Dann mal los. Komm, da ist wieder... Ich habe schon gehebt. Ich habe schon gehebt. Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den besten Sojama, der euch je über die Lippen kommen wird. Dieser Schnaps. Also, wo ist die Spezialität? Das habe ich. Der edelste Sojama, der je eure Lippen benetzen wird. Meine eigene persönliche Formel, die ich Sadris Sojama nenne. Ich habe die Mischung gerade um einige neue Zutaten ergänzt, die den Geschmack meiner Meinung nach noch verbessern. Ich muss den Leuten nur noch erzählen, dass das Getränk fertig ist. Dann werden die Gäste mir die Bude einrennen. Ich könnte dabei helfen, davon zu erzählen. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Nehmt diese Sojama-Kostproben und erzählt den Leuten davon. Habt ihr alle verteilt, erhaltet ihr einen Bonus. Super. Cool. Willkommen im spuckenden Netz, ich fremdklinge. Was darf ich euch pränzen? Jo, was habt ihr zu verkaufen? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ich bin es immer so sehr, wenn die Stimme ändert sich. Also, das brauchen wir jetzt momentan nicht so dringend zu essen. Oh, so eine Süßkartoffel sieht sehr lecker aus. Wie eine Qualle. Oh. Haben die neue Texturen bekommen? Krass. Ja. Okay. Gasthaus hat einen außer ungewöhnlichen Namen. Ach, es steckt eine lustige Geschichte dahinter. Vor einigen Jahren ging ich zu den Docks hinunter und sah einen Dunmeer, der mit einer Flasche Suyama in der Hand dort entlang tockelte. Er war einer meiner Stammgäste und ertrank gern und viel. Also war ich nicht gerade überrascht. Das klingt nicht ungewöhnlich. Aber dieser Dunmeer war nackt wie am Tag seiner Geburt und sang schief und so laut, wie es seine Lunge nur hergab. Während ich das Spektakel noch beobachte, schwebt ein Netz über das Bollwerk auf hinzu. Der Mann sieht zu dem Netzch hoch, brüllt, hier, trinkt was, und wirft die Flasche hoch. Und die landet nicht mehr auf dem Boden. Was hat der Netzch getan? Ja, Alkohol getrunken. Tja, die Flasche zerbrach an dem Netzch und er muss den Inhalt wohl geschluckt haben, denn er fing an, irgendwie schräg zu schweben. Schließlich hielt er an und fing an zu zittern. Ein paar Augenblicke später spiel er das abscheulichste Zeug von sich, das je eure Nase beleidigt hat. Ich habe schon so einige Betrunkene gesehen und ich sage euch, dem Netzch war speiübel. Jetzt verstehe ich. Genau so war es. Ganz genauso. Nicht schubsen. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Also es gab merkwürde Gerüchte aus dem südlichen Himmelsand. Aus der Nähe von Helgen. Eine große Anzahl Truppen wurden dort gesichtet. Ah, der sagt das, was wir nicht erleben momentan. Sind wir früher dran oder so? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Wenn ihr Gold habt, sprecht doch mal mit Ralis oben am Kolpionhügelgraben. Wie ich hörte, will er dort eine Ausgrabung durchführen. Geil, Indiana Jones. Ich habe gehört, dass der verrückte alte Kreskius sich wieder in die Rabenfelsmiede geschlichen hat. In seinem Alter wird er sich dort noch den Hals brechen. Die Aschenbrutangriffe auf das Bollwerk werden schlimmer. Hauptmann Wehle tut, was er kann. Aber langsam ist die Redoranwache wohl überfordert. Nochmal. Die Redoranwache hat in den Bergen eine Rodel Wehrwölfe entdeckt. Vielleicht wissen die Jäger oben bei der Frost nur ein Schluck mehr. Also Wehrwölfe habe ich denke ich auch mal vor irgendwann. Aber es könnte schwierig sein noch. Ich würde gerne noch ein bisschen mich vorbereiten. Habt ihr in der letzten Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr gehört, dass Rieklinge sich die Metalle von Tersk unter den Nagel gerissen haben? Haben die Nord von dort in der Lage in der Nähe vertrieben? Ja, wir sind natürlich jetzt gerade wieder am Anfang, oder? Dank den Mods, die nicht richtig funktioniert haben. Auch wenn man testet, es denkt, ja es ist okay und dann später weiter, also weiter kommt und so. Und dann plötzlich alle Leute angreifen, dann ist es natürlich doof. Aber das wird jetzt nicht mehr passieren, hoffentlich. Nur noch unsichtbare Frauen. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Jetzt, wo die Minen stillgelegt sind, weiß keiner, wie lange es Rabenfels noch geben wird. Hoffentlich hat Ratsherr Morwein einen Plan. Nochmal? Nichts Neues in letzter Zeit, aber meldet euch ruhig wieder bei mir. Okay, du hast sehr viel zu erzählen gehabt. Okay, danke schön. Wartet nur, bis sie meinen so Jammer gekostet haben. Nach dem ersten... Habt ihr meine Spitzhacke schon? Jo, seht ihr, Sadri möchte, dass ihr ein neues Getränk kostet. Perfekt. Ich wollte gerade auf ein Glas hinübergehen. Danke, dass ihr mir den Weg erspart habt. Ja, bitte. So, dann nennen wir... Ihr braucht etwas? Ja, ich möchte, dass ihr auch mitkommt. Vergeuden wir keine Zeit. Geil. Wie viel können wir denn mitnehmen? Aber da sind MS-Follower-Tweaks-Mods drin. Ich weiss nicht, wie viel wir können, Maximo. Du wirst nichts. Aber... Ich werde so viel mitnehmen, dass nicht alles einfach flach ist, oder? Sondern... Dass die Leute halt auch ein bisschen Zeit brauchen für die Gegner und so. Ich weiss nicht, ob die NPCs sterben, die wir haben, aber ich glaube nicht, dass es ein anderer Mod, ein deutscher Mod, der einfach macht, dass wir nicht immer alle NPCs, also Follower, verlieren. Die halt nicht mitleveln. Und dann schwach sind, oder? Äh, ja, das Getränk hast du auch verdient. Dann haben wir hier noch die Brau, genau. Hier, Prost. Okay. Dann haben wir sie hier. Okay. Ja, hier. Sehr gut. Ich wäre mit dem erstbesten Schiff weg von hier, wenn ich das Geld hätte. Was für eine Verschwendung. So, langsam, aber wir sind lang, das wieder. Galdis, Audrey möchte, dass ihr ein neues Getränk... Sein neues Getränk kostet. Galdis muss das in Flaschen füllen und auf dem Festland verkaufen, statt seine Zeit hier zu vergeuden. Seine Getränke sind hervorragend. Danke. Verkauft ihr irgendeine spezielle Bergbauausrüstung? Bergbauausrüstung? Nein, aber ich habe mal ostkaiserliche Anhänger verkauft, bis sie mir ausgingen. Äußerst beliebt, die kleinen Dinger. Was ist ein ostkaiserlicher Anhänger? Ein Amulett, das nur für die ostkaiserliche Handelsgesellschaft angefertigt wurde. Sie wurden als Prämie an die Arbeiter ausgegeben. Eine Art Belohnung für besondere Leistungen. Seit sie nicht mehr hergestellt werden, sind sie zu Sammlerstücken geworden. Ich hätte liebend gern ein paar davon. Wo kann man sie denn finden? Sie können überall auf der Insel sein. Die Minen wären vielleicht ein guter Ausgangspunkt. Wenn ihr auf euren Reisen über Solzheim welche findet, bringt sie zu mir und ich bezahle euch. Die ostkaiserlichen Anhänger sind überall verstreut. Seht unter jedem Stein nach. Oh. Wir haben schon sehr viel in der Taverne zu tun. Also, ja. Gut, dann Dankeschön fürs Schauen dieser Folge. Leider eben ein Restart, aber ich denke jetzt ist alles gut, außer dass ein paar Rüstungen unsichtbar sind. Aber das werde ich vielleicht auch noch fixen können. Oder, ja. Sonst lassen wir die Frau einfach so schön durchsichtig. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss. 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 Tschüss.